Willkommen zu einer kurzen Einführung in die Datenauswertung von Landsat 8 Daten. Das erste, was sich hier gerade darstellt, ist die Generierung eines klassischen Satellitenbildes. Die Daten, die ich auswerte, sind Landsat 8 Daten vom 5. August 9 Uhr aus dem Bereich Wien und Umgebung. Die nächste Möglichkeit, die man hat, ist Falschfarbenbilder anhand der insgesamt 11 Frequenzbänder des Landsat 7 Daten darzustellen. Die interessantesten sind davon die Bilder im Bereich Nahe Infrarot. Das ist insgesamt darin begründet, als ich anhand der Reflexion im Bereich Nahe Infrarot den Zustand der Vegetation im jeweiligen Bereich analysieren kann. Das, was ich hier recht schön sehe, ist, dass sich hier im Bereich Wiener Wald, aber auch im Bereich zum Beispiel Donauauen oder in den Wäldern rund um Wolkhausdorf eine recht hohe Pflanzen- bzw. Klerophyllaktivität hat. Und was man vor allem jetzt im August recht schön sieht, ist, welche Felder noch Pflanzen bewuchts haben bzw. welche Felder schon abgeerntet bzw. ausgereift sind. Das, was ich neben der Falschfarbendarstellung noch machen kann, ist, dass ich jetzt anfange, wirklich eine Datenanalyse zu betreiben. Die klassische Analyse ist die Vegetationsindexanalyse, wo ich mir jetzt für jeden Bereich genau berechne, wie hoch dort die Klerophyllaktivität ist und mir daraus ein entsprechendes Falschfarbenbild generieren kann. Das nächste hochinteressante ist der ganze Bereich Thermische Infrarot-Bereich, wo ich für den Zeitpunkt der jeweiligen Aufnahme mir die jeweilige Bodentemperatur anschauen kann. Das, was man hier in Wien sieht, was zu erwarten war, ist, dass das Bebauungsgebiet ein ziemlicher thermischer Hotspot ist. Das, was aber auch recht interessant ist, ist, dass die diversen Felder teilweise auch relativ hohe Bodentemperaturen haben und der einzige wirklich kühle Bereich, die bewalteten Gebietersien bzw. die Bereiche der Lubau und der Boma. Die nächste Möglichkeit, die ich habe im Bereich Datenanalyse bzw. Darstellung, ist, dass ich anhand mir hier die Vegetation inside Farbe zu gutieren, dies ein Höhenmodell zu berechnen und aus dem Höhenmodell eine entsprechende Schattierung zu generieren. Das ist sehr nett, vor allem, wenn man die Schattierung dann mit den anderen Bildern kombiniert, weil ich hier jetzt das Temperaturbild von vorher mit der Schattierung zum kombinierten Bild generiere und hier jetzt erkennen kann, wo ich Bereiche habe mit hoher Pflanzenaktivität und hoher Temperatur bzw. hoher Pflanzenaktivität und niedriger Temperatur bzw. im Stadtgebiet spannenderweise über die Kombination mit dem Vegetationsindex klarer erkennen kann, wo die hohe Bebauungsdichte ist bzw. wo die Gebiete sind mit lockerer Verbauung. Und zu guter Letzt kann ich dann natürlich auch die Schattierungen mit den diversen Falschfarben darstellend und tischen Kanäle kombinieren und kann mir dann je nach Interessensgebiet mir entweder die neue Klassifizierung innerhalb des städtischen Gebietes anschauen oder mir dann noch einmal im Detail den Zustand der entsprechenden landwirtschaftlichen Flächen erkunden.